herzlich willkommen bei mr bauer gaming und hier starten wir ein neues let's play querstrich angezockt und zwar auf wunsch der community starten wir hier in krebach ich bin hier gerade angekommen respektive ja bin gerade in der anfahrt dahin wo ich ein stück land und jetzt achtung gewonnen habe und zwar war das in einem preis ausschreiben habe ich halt einfach mal meine adressdaten hinterlassen und man konnte gewinnen ein stück land irgendwo zufällig und jetzt habe ich dieses stück land gewonnen da schauen wir uns dann natürlich gleich mal an durch land mit einem hoch dazu alles was dazu gehört ich glaube der wert soll so um die 500 bis 600.000 euro sein das werden wir uns jetzt gleich mal angucken ich wollte kurz eine kurze pause einlegen hier und ja da würde ich sagen gehen wir los und gehen wir gleich mal zu diesem hof also da gehen wir mal los da ist auch gerade mal ein unwetter vorbei gefahren also gekommen ist nämlich ein ungestützter baum da das heißt ja mal rumfahren wie das die meisten hier machen hoffe dass der da mal wirklich weggeräumt wird der arme her okay hoffentlich ist ihm nichts passiert nur blech schaden hoffentlich okay da gehen wir mal dahin wo wir angewiesen worden sind oder wo ich angewiesen worden bin um hinzufahren quasi meinen gewinn zu bekommen und zwar heißt dieses dorf krebach okay das ist jetzt also mein neues zu hause krebach okay es hat geheißen neben kurz nach dem rickis händler oder was ist das hier rickis werkstatt soll ich hier mal rechts gehen dann wollen wir dem folge leisten und da mal rein dann noch mal rechts hieß es das tor würde offen stehen also laut der beschreibung könnte dass das hier sein dafür einmal doch mal rein da ist auf wenn man gleich dann ja begrüßt und dann schauen wir mal was hier sache ist was hier ansteht stell dir mal da unter dem baum in den schatten hier so das soll also mein neuer hof sein da gucken wir doch mal ich mal rein gucken dass auf jeden fall die übergabe stattfinden der schlüssel dann sehen wir uns gleich wieder so okay das war ja ein gutes halbstündiges gespräch was ist passiert ich habe die schlüssel bekommen zu diesem anwesen ich bin jetzt offizieller besitzer von diesem anwesen habe auch einen riesengroßen stapel an papieren bekommen natürlich erstens welche felder dazu gehören ein bisschen was über die information der felder ich habe ja nicht groß eine erfahrung mit der landwirtschaft aber eben da sind anweisungen und so weiter sind alles dabei das heißt ja das ist jetzt mein neues zuhause meine neue aufgabe ich habe das gewonnen warum sollte ich den den gewinn nicht annehmen und mir quasi ein neues leben ein neues kapitel in meinem leben aufschlagen dann ja gehen wir gleich mal kurz folgen mal kurz mal auf eine kleine huftour hier das ist jetzt außerneuer der hof und stärke gehört zum hof heißt bello wenn man dem mal futter geben da kommt da auch gleich angerast hallo bello wunderbar habe ich dir schon mal einmal das fressen gegeben das erste mal so dann schauen wir uns mal rum da haben wir ein paar hühner das sind ein paar hühner da das ist ich glaube das sind 120 hühner sind da da ist auch was ein bisschen was von futtern noch da naja das heißt ich kriege den hof funktionstüchtig aber so dass er eben schon läuft der hof da haben wir einen uni track 122 von lindner der hat hinter ist hinten leer hat aber hinten so ein suchmaul dran glaube ich dann haben wir hier acht das gehört wahrscheinlich da drauf dann okay das sieht so aus als wäre das zum sammeln von gras so genannt ja und von lüren das scheint ein schweizer produkt zu sein das schon mal gut oder dann haben wir hier einen einen tschechischen kleinen kleinst anhänger das ist ja lustig der sieht ja wie ein spielzeug aus da steht auch noch ein anhänger drin der ist ein bisschen größer als der andere das ist ein welcher das sei lasst mich kurz gucken auf meinen unterlagen das soll eine futter mischanlage für kuhfutter sein also das heißt hier wird so genanntes mischrationsfutter hergestellt oder gemischt in dieser fabrik oder in diesem silo hier da müssen wir dann gucken genau was das braucht da haben wir ein paar werkzeuge da muss ich mich doch nochmal umgucken was das bedeutet alles dann haben wir hier eine das gehört aber wahrscheinlich auch zu diesem uni track und dann haben wir hier einen einen toni hallo toni und zwar antonio carraro das heißt wahrscheinlich so der niedlichen namen von antonio carraro scheint klingt italienisch scheint es nicht sieht auch wie ein spielzeug aus mit einer über rüsten über ja aufgeblasenen kabine ein bisschen schutz da ach das ist doch niedlich die schmetterlinge hier das ist wahrscheinlich auch gedacht für diesen uni track das scheint so wie ein miststreuer zu sein dann schauen wir doch mal da rein ich glaube ich alle da ist leer das ist leer okay da kann man also noch könnte ich mein auto unterstellen das hier soll ein lager sein für heu und stroh da kann man heu und stroh lagern angeblich da gehen wir mal darum wo der lärm verrät hier sind die kühe zu hause hallo liebe kühe hoffentlich gibt ihr mir tatsächlich ein bisschen milch dann so dass ich das nicht kaufen muss und ich das auch vielleicht sogar was verkaufen kann ja ach das ist das bettchen wo die kühe dann hinkommen zum ruhen überdacht okay stroh da da ist ein gülle fass riechen tut das nicht sehr wohlig dann haben wir das aufbauteil hier das gehört wahrscheinlich auch zum uni track und zwar ist das wahrscheinlich gedacht zum ausbringen der dünge der gülle gucken wie sinnvoll das ist und das nicht ein bisschen klein ist da haben wir also das kuh gehege liegt auch was rum das ist scheint so als wäre das ein gewicht gut da ist auch gar ein paar etwas gelagert also da ist ein bisschen das sieht nach pflanzenschutz aus das sieht nach flüssig dünger aus da ist ein bisschen das sieht nach saatgut aus und da gibt es kalt okay da gibt es eine das sieht aus wie eine sehmaschine eine kuhn winter muss ich gucken in meinen unterlagen dann dann gibt es eine schon die das sieht wie eine spritze aus eine spezielle muss ich mir alles genau dann angucken in meinen unterlagen für was was ist und was was es alles bringt da haben wir noch ein weiteres kleines gebäude hier das sind schafe okay das sollen zehn schafe sein und da sieht nach einem traktor aus lindtrak ob dieser wettbewerb wohl gesponsert war von lindner dieser traktoren marke kann sehr gut sein also unten haben wir den alunitrak von lindner dann haben wir diesen traktor von lindner das kann sehr gut sein dass das gesponsert ist immer noch hier rein ach so das ist also der seiten eingang zum kuhstall da sind wir vorhin vorbeigekommen hier vorne okay so da gehen wir noch mal hier hinten raus dann haben wir nämlich hier den miststock misthaufen das scheint ein silo oder sowas ein bunker zu sein da kann ich weiß nicht was gemacht werden muss ich mich natürlich dann auch noch durchlesen durch die ganze dokumentation das scheint auch noch am hof gelände zu sein weil ich hier schön der zaun entlang wird das heißt da guck mal wird das hier scheint ein hohes regal zu stehen da sind ein paar werkzeuge schaufelschrank ach tatsächlich da ist irgendwas drin das sieht so aus als würde das irgendwo angebaut werden das sieht nach einem schneidwerk aus für die für irgendeinen mehtrescher für getreide oder so das riecht das riecht ja sehr sehr eindringlich hier das scheint das scheint die schweine zu sein hier auch wieder ein misthaufen da muss ich muss mich wahrscheinlich meine nase muss ich mich erst daran gewohnen da wird das was werden wir dann sehen und da steht ja auch was großes da der condor 15 das muss ich mir genau angucken das scheint sehr interessant zu sein steht ein bisschen weit raus hier dass man da eventuell beim durchfahren da in die quere kommt könnte sehr gut sein da haben wir auch irgendwie so wenn silo da steht was drauf schweinefutter mischer ok muss ja kurz gucken dann dann haben wir hier nochmal etwas einen kleineren traktor von wem ist der das von lindner also es scheint tatsächlich eine sponsor ein sponsor zu sein von diesem gewinnausschreiben dann haben wir hier einen class dominator dominator das scheint auch dazu gehören ein drescher ich bin noch nie auf einem drescher gesessen mal gucken wie das geht ok hier ist also scheint schaut aus als wäre das ein silo ok und immer wieder die schmetterlinge die hier im sommer hier in der luft tanzen hier gibt es auch noch ein misstaufen und was ist wohl das hier das ist das nah unter stahl halle nein das ist ein kuh stahl ok 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 schauen wir mal hier hinten raus scheint ein misthaufen zu sein nein äh ne das ist zu sauber dafür das ist ich weiß nicht für was diese bunkersilos sind da hat man unten schon eins gesehen so und da haben wir irgendwie noch einen tank ok da soll also diesel drin sein und ich spute mich mal ein bisschen zurück oh wie appetitlich ist das denn aber wenn nur der mann ist na dann ist nur der mann so ich gehe mal ein bisschen zurück zum hof weil es soll noch andere teile geben die zum hof gehören aber nicht auf dem eigentlichen hof gelände sind und ähm da habe ich auch ähm natürlich eine anweisung bekommen wie ich da hinkomme und das soll ich mir auch angucken und das möchte ich mir natürlich auch angucken ich denke dafür nehmen wir doch mal einfach den hier ne ok das heißt ich soll zurückgehen auf die hauptstraße und dann soll ich rechts und quasi weitermachen von wo wir hergekommen bin sind also jetzt hier rechts da sind überall so industriegebiete oder paar fabriken oder sowas da die da stehen da gibt es einen ein Windpark hier ok schön ist es ja hier ne also schön ist es ja da wird es wahrscheinlich hier abends ziemlich kühl werden wenn dann die Sonne weg ist wird es hier ziemlich wahrscheinlich dann kühl so und jetzt soll hier ein Biergarten sein und da soll ich mal rein fahren ziemlich verkehrt durch dieses dörfchen gibt es gar keine umfahrungsstraße soll ich jetzt weiter fahren oder warten sie so so das soll also hier der biergarten sein also hinten auf der anderen seite natürlich und der seile es soll es auch noch was geben was zu uns gehört oder zu dem Hof hier wollen wir doch mal schauen okay das scheint ein Anhänger zu sein mit ein bisschen Wasser und da sind zwei Pferde uff uff ich kenne mich mit Pferden überhaupt nicht aus aber die schauen lieb aus irgendein bisschen was an Futter ist auch schon da das ist ja in Ordnung jawohl ja 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 also na ich bin jetzt euer neuer Besitzer dann benehmt euch kommt dann später nochmal vorbei das scheint ein Misthaufen zu sein bei den Pferden ja klar Pferdemist ist wertvoll ne also das scheint leer zu stehen ne da werden wir mal gucken so okay dann gehen wir nochmal dann müssen sie in der Mitte der Straße stehen bleiben das ist nicht anders da drüben ist ein Biergarten da werde ich sicher das öfter nochmal vorbeigucken dann soll ich noch ein bisschen weiter gehen und da soll ein Gewächshaus stehen das soll auch noch dazu gehören okay da scheint schon einiges angepflanzt zu sein das scheint nach Tomaten aus und nach Hopfsalat okay muss ich auch genau durchlesen was die wollen von mir was die brauchen da könnte ich jetzt noch ein bisschen oben vorbeifahren rumfahren damit wir ein bisschen mehr gesehen haben vom Land hier richtig 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 gemütlich hier so da gehe ich mir mal hier mal lang dann schauen wir mal an welche Felder zu uns das scheint auch auf der Karte eingezeichnet zu sein welche Felder mir gehören oder zu diesem Gewinn gehörte das soll eine soll hier sein das soll Gras sein was abgeerntet werden könnte das scheint reif zu sein das heißt das könnten wir dann eventuell mähen ja also dieser Kleinsttraktor ist echt praktisch hier um auf der Karte rum zu kommen oder auf dem in der Gegend da das scheint sehr praktisch wendig zu sein vor allem hier auf der linken Seite soll man Sachen kaufen können wie Kalk und solche Sachen Flüssigdünger wenn mal wieder kein mehr da ist kann man hier also kaufen fahren angeblich so dann das nächste Feld also hier drüben ist dieser Kuhstall den wir schon gesehen hatten und das scheint dann auch das scheint auch eines der Felder zu sein das zu mir gehört oder ja das scheint das scheint Hafer zu sein das haben wir okay das heißt das wäre ja gut wenn man da etwas aufbewahren könnte für die Pferde okay das soll dazu gehören das ist ein ziemlich großes Feld ne also ich sag mal für hiesige Verhältnisse also ich sag mal für hiesige Verhältnisse okay und dann soll noch das weitere Feld zu uns gehören oder zu mir das soll dieses hier sein da ist anscheinend auch Hafer drauf ja das ist ja gut dann werden wir sicher genügend haben für die Kühe äh für die Kühe für die Pferde da haben wir sicher dann genug und jetzt gibt es noch zwei Felder dann müssen wir jetzt wieder hier rein fahren kurz aufmachen fahren okay okay das scheint auch also das Feld und das Feld gehört auch zu dem Hof oder zu diesem Gewinn da ist auch Gras drauf aber das scheint mir noch nicht so richtig ausgewachsen zu sein ich glaube das andere war viel höher ne das heißt das heißt das würde man hier gerne noch ein bisschen wachsen lassen und geben dann zum anderen das andere abernten ja das wäre auf jeden Fall wenn ich das mal hier ja muss ich noch gucken in der Dokumentation aber so jetzt rein von meiner Unwissenheit würde ich das sagen dass wir dann noch ein bisschen warten ich weiß also nicht ob ich dann in der Lage bin das alles alleine zu machen hier ne also das ich habe das gewonnen und 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 ja dann habe ich mich aber noch bevor dass ich überhaupt gewusst habe dass ich gewonnen hatte hatte ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt aber das wäre ihr nichts gewesen für sie mal gucken was ich alleine alles schaffen kann ansonsten muss ich halt gucken ob es hier die Möglichkeit gibt mit den Jungs und Mädels von der Kirche gemeint oder von der Schule oder somit so zu zählen wenn ich denen Taschengeld gebe und kommen die vielleicht helfen das muss man alles noch rausfinden das weiß ich halt alle noch nicht da bin ich noch bin ja gerade erst angekommen ne also keine Eile und dieses große Haus brauche ich ja für mich alleine auch nicht ne da könnte ich mir tatsächlich vorstellen ein paar dieser Zimmer quasi als Tourismus Zimmer abzugeben oder ja das wäre sogar vielleicht auch eine Idee zu sagen okay hier könnt ihr Bauernhof Urlaub machen mit Mitarbeit das heißt da könnt ihr Traktor fahren da könnt wir das und das machen und so natürlich immer unter Aufsicht und so könnt ihr mir im Prinzip dadurch dass wir den Urlaub also quasi als touristisches Ziel angeben kann man das Geld kann man ein bisschen Geld verdienen und natürlich die Mithelfer die wären dann natürlich immer wieder vor Ort klar würde wahrscheinlich nur klappen in der Sommerhochsaison wenn die Sommerferien sind aber das werden wir sehen das könnte das wäre ja eine Möglichkeit was man machen könnte ja dann werden wir gucken was ich an Equipment behalten werde ob ich da irgendwas tauschen würde also ich glaube wenn ich das große Güllefass gesehen haben oben dann glaube ich brauchen wir das hier nicht es sei denn wir brauchen irgendwo anders noch Wasser oder das weiß ich alles noch nicht ich würde mal sagen ich gehe mal ein bisschen noch die Unterlagen studieren die ich bekommen habe ich werde mal kurz mein Auto weg stellen also das ist ein bisschen Ordnung machen nicht dass das gleich von Anfang hier so ähm aussieht als wäre da ich das der Chaot ich stelle mir den mal da rein so ist er hier hinten drin so ist er hier hinten drin ja das ist gut das heißt den brauche ich ja nicht immer dann kann ich mal weg machen so ok das könnte vielleicht funktionieren zu einer Deckenlampe da ist die eine Speiche gebrochen da liegt noch einiges an Grümpel und Mist und so ein altes Silo noch rum da würde ich tatsächlich keinen Nutzen gucken ob man das dann weg machen könnte mal eventuell also Holz das auch hier nicht erwünscht ist aber es ist halt ein bisschen vernachlässigt geworden ich weiß ja nicht bis wann hier noch jemand war das kann nicht zu lange sein weil die Tiere haben noch Futter ach das ist schön da hinten dieser Schneeberg muss ich dann fragen gehen wie dieser Herr heißt was das soll was dieser ist da gibt es zu den meisten hohen Gipfeln gibt es irgendwelche Mythen Geschichten und ja mal gucken was ich hier noch rausfinden kann ok dann lese ich mal kurz ein bisschen weiter in meine Unterlagen hier da habe ich einen Ordner gefunden angeschrieben ist da Precision Farming da werde ich mich einlesen müssen also ich sehe in diesem Ordner gibt es verschiedene Seiten also da gibt es eine Seite für das Feld 21 für das Feld 3, 24, 23 und das Feld 6 das sind also jedes Feld hat da einen eigenen Abschnitt und da sind so Landkarten drin also mit so komischen Farbschemen und natürlich mit einer kleinen Erklärung da muss ich mich noch ein bisschen tiefer einlesen aber ich sehe definitiv dass die Felder ein bisschen sauer sind das heißt da müssen wir mal wahrscheinlich ein bisschen besseren pH Wert hinkriegen wie ich weiß muss man das mit Kalk machen das heißt aber wir haben ja gesehen dass Feld 3 und Feld 6 ready for Harvest ist also fertig zum Ernten Feld 21 ist auch ready for Harvest das heißt ich würde wahrscheinlich jetzt dann gleich wenn ja wenn es gleich weiter geht wenn es dann möglich los geht ein bisschen umziehen und ein bisschen ankommen ein paar Sachen einrichten und dann geht es los auf Feld 6 und Feld 3 diesen Hafer weg machen und gucken ob es da noch Stroh gibt vielleicht dass wir da Stroh zu Seite legen kann um den Kühen zu geben um den Schweinen zu geben und natürlich um Futter herzustellen also Stroh ist hier zwar voll hier ist es auch voll das heißt wir brauchen sofort auf die Schnelle kein Stroh aber Mischfutter ist hier gibt es zwar noch etwas da aber wäre gut wenn man dann ein bisschen nachmachen könnte muss ich auch gucken wie man das anmischt und so weiter viel muss da passieren dann für die Hühner die wollen entweder haben Weizengerste oder Sorkumhirse also schade nehmen die kein Hafer dann hätten wir jetzt hier gleich abgedeckt gehabt ja wenn man dann 3 fällt 3 und 6 am ernten werden ja damit würde ich sagen gehe ich mich umziehen mache mich ein bisschen richte mich ein bisschen ein und dann sehen wir uns noch einer kurzen Pause wieder ich würde sagen so gegen 3 viertel 10 oder so bin ich wieder da ja bis nachher das war das Kapitel für heute dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs einschalten lass doch gerne den Daumen da falls dir dieses Kapitel gefallen hat hol doch gerne das Abo ab willst du kein weiteres Kapitel dieses Let's Play verpassen und auch keine weiteren Inhalte die auf diesem Kanal besprochen werden wie zum Beispiel die Mod Videos die fast jeden Tag herauskommen sobald Giants die Mods im Giants Mod Hub freigeben dann sage ich danke bis zum nächsten Mal danke, tschüss und hasta luego